BigBlueButton – Wie man die Webcam verbindet Nach dem Betreten einer BBB-Session kann man seine Webcam über das Icon Webcam freigeben verbinden. Man gelangt in ein Menü, wo man aus verschiedenen Kameras auswählen kann, sowie die Qualität bestimmen kann. Zusätzlich kann man einen virtuellen Hintergrund auswählen, entweder aus einer Liste von vorgegebenen Hintergründen oder man wählt ein eigenes Webcam-Hintergrundbild hoch. Hierfür den Scrollbalken unterhalb der Einstellungen zum virtuellen Hintergrund nach rechts schieben, auf das Plus-Icon klicken und über Bild vom Gerät hochladen das gewünschte Hintergrundbild hochladen, welches dann auch sofort als virtueller Hintergrund aktiv wird. Zusätzlich erscheint es in der Liste mit den Hintergrundbildern und kann zu einem späteren Zeitpunkt durch Anklicken als aktueller Hintergrund aktiviert werden. Auch kann man die Helligkeit des Webcam-Bildes ändern, hierfür gibt es einen separaten Regler. Möchte man zu einem späteren Zeitpunkt während der Konferenz das Hintergrundbild wechseln oder ausblenden oder die Helligkeitseinstellung verändern, navigiert man über den kleinen Pfeil am Webcam-Icon und dort über grafische Effekte zum entsprechenden Menü. Auch das Menü erweiterte Einstellungen würde diesen Zweck erfüllen. Zusätzlich bietet es die Möglichkeit, die Webcam zu beenden, eine weitere Webcam zu aktivieren oder alle eigenen Webcams zu beenden. Die Webcam oder die Webcams lassen sich aber auch über einen einfachen Klick auf das Webcam-Icon unterhalb der Präsentationsfläche jederzeit beenden.